hallo und herzlich willkommen bei v90 business solutions mein name ist benny und heute zeige ich euch ein weiteres feature im bks erp system und zwar zeige ich euch heute ganz quick and dirty den artikel schnell editor dazu gehen wir in die av oder eben auch über artikel artikel verwalten und dann haben wir die möglichkeit uns mal sagen wir wollen eine bestimmte wagengruppe mal bearbeiten zum beispiel dienstleistung so eine lehrtaste damit alles was mit dienstleistung zu tun hat als quasi alles was die warengruppe dienstleistung hat gesucht wird und dann sehe ich hier habe ich hier meine auflistung und jetzt kann ich hier sagen nur anzeige oder schnell editieren und sobald ich das ausgewählt habe habe ich die möglichkeit die einzelpreise schnell zu editieren in er anzupassen wenn ich das möchte oder eben die artikel wenn ich sie nicht mehr brauchen sollte auf eol zusetzen jetzt kann ich hier eben schnell durchgehen statt 22 25 die fahrkosten kosten jetzt zehn euro glatt und hier kann ich dann eben noch alles weitere dementsprechend anpassen wenn ich sage okay ein artikel den brauche ich hier gar nicht mehr wie zum beispiel diesen alarm tab wird sich den url und weiter das ganze einfach einfach auf update klicken und schon ist alles gespeichert das war es auch schon wenn euch das video gefallen hat lasst gerne den daumen nach oben da abonniert gerne den kanal wenn ihr mehr vom wks sehen wollt und ansonsten wünsche ich euch einen guten morgen mittag oder abend bis dahin